Moin und Willkommen zum neuen Shop Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, und wir sind kurz vor den 200 Abonnenten. Würde mich sehr freuen, wenn wir diese Woche die 200 Abonnenten schaffen. Das wäre sehr, sehr ehrenhaft. Deswegen lasst doch gerne mal ein Abo und Like, da würde mich sehr, sehr freuen. Auch Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst und keine Streams. Und gleich kommt auch der neue Shop. Heute hatten wir einmal ein, also zwei neue Skins. Einmal den hier, den hier. Und in 20 Sekunden wird dann auch schon der neue Shop kommen. Ja, und genau den Skin wollte ich mir eigentlich auch irgendwann mal holen. Aber jetzt mal gespannt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alles klar! Warte, 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 warte. Ich blick nicht durch. Warte, warte, warte. Wie heißt die? Jeder Serien der Skin. Ich würde sagen, kann man, kann man kaufen. Aber 1000 Spunner V-Bucks. Ist das preiswert, Leute? Ist das preiswert? Also, ich würde den nicht empfehlen. Die Spitzhacke dazu sieht eigentlich ziemlich cool aus. Achso, hat sogar auch einmal blau. Ja. Spitzhacke ist nicht schlecht. Alter, der sieht heftig aus. Der sieht heftig aus. Rauchdrache. Den Skin kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der. Auch hier ein blau. Aber das rote sieht am besten aus. Ja. Backbling natürlich auch. Das Backbling auch mega nice dazu. Alter, das ist... Das ist mal wieder so ein Skin. Den kann man sich nicht gönnen. Selbst die Spitzhacke. Ultra. Ultra geil. Schon sehr geil. Dann haben wir... Ups. Dann haben wir immer noch hier... diesen Skin. Den hier. Ist das nicht sowas Besonderes? Irgendwie finde ich... Die Skins hier halt ziemlich doof. Dann haben wir noch voll... Wall-E-Meisterin. Voll-E-Meisterin, genau. Auch kein schlechter Skin. Kann man sich hier auf jeden Fall auch können. Blutroter Sperrer. Auch kein schlechter Skin. 800er Skin. Und eine geile Lackierung auf jeden Fall. Die sieht auf jeden Fall geil aus, muss ich sagen. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. 500 V-Bucks geht eigentlich ganz klar. Raketen-Ära. Auch lange nicht mehr im Shop gehabt, glaube ich. Für jeden Fall nice, dass der auch mal wieder drin ist. Dann haben wir Tachy. Auch ein sehr entspanntes Mode. Auch ziemlich cool. Und dann haben wir gut geölt. Ja, das ist auf jeden Fall der neue Shop. Schatten-Pack ist immer noch da. Hier haben wir auch nichts Neues. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie schon gesagt, hoffentlich schaffen wir in der Woche die 200 Abonnenten. Drop gerne ein Like und ein Abo, damit wir 200 Abonnenten schaffen diese Woche. Das würde mich sehr, sehr freuen und supporten. Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao.